Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo, wer seid ihr? Hallo Baby, wer bist du? Hallo Baby, ich bin der Charlie und ich bin der Ötzi, der Ötzi aus Tirol. Oh Mensch, wer seid ihr denn? Ganz toll. Oh, ist das ein schönes Baby, gell? Finde ich auch. Guck mal an die Kleine auf, guck mal. Oh, ist das schön, ist das schön. Seid ihr aber herzlich. Seid ihr aber herzlich. Oh, 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 das ist schön, gell? Finde ich auch. Oh, oh, das ist aber süß. Mensch, du bist aber ein ganz netter, hm? Du bist ein ganz netter, hm? Ja, finde ich auch. Wie heißt du, Baby? Wie heißt du, Baby? Charlie? Was denn, Ötzi? Weißt du, wer das ist? Nein. Das ist symbolisch für die Jesuskind, aber das richtige Sohn. Die nennen den Sohn Gottes. Echt? Oh, nett. Das sieht aber gut aus. Da bin ich auch froh, dass ich euch heute besucht habe, gell? Oh, seid ihr aber lieb. Seid ihr herzlich. Und dann bist du der, Ötzi, dann ist das doch der Josef von Nazareth, von Arimathea, oder? Ja. Josef von Nazareth, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das ist der kleine Jesus. Hallo. Bist du der Richtige? Ja. Ötzi, das ist, gell? Das ist richtig. Ja. Oh, Mensch. Mach's gut. Pass auf dich auf. Und denk an uns. Oh, was ist schön. Ach, das war ja schön, aber was ganz anderes. Das kannst du laut sagen, Charlie. Hab ich noch nie gemacht. Das war ja ein Besuch, he? Was ist das? Können wir Musik machen? Ey. Was ist das denn? Schönes Klingeln. Finde ich auch schöner. Schöner wie so eine doofe Glocke zuhören und so. Ding, dong, ding, dong. Ja, eben finde ich auch. Komm, wir gehen wieder. Ich hab Hunger. Tschüss, Herr Jesus. Der wahre Jesus, gell? Der richtige, der richtige, gute Jesus. Tschüss, mach's gut. Du auch. Gell? Tschüss, mach's gut, Jesus. Von Charlie und Ötzi. Tschüss.